Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Reiter und wir haben einen vorgestellt, die Vorschau Nummer 2 von Dorfromantik. Ja, ich habe hier schon eben die Kühe blöken gehört, aber jetzt gerade nichts und dann können wir hier jetzt weitermachen. Und ja, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass das alles gut läuft hier. Jetzt hat sich gerade der Bildschirm verändert. Ich würde sagen, wir setzen das Spiel gleich fort, aber wir spielen erstmal das Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hier steht Fortsetzen und ein neues Spiel. Ich mache mal Fortsetzen, weil das Tutorial war zu Ende. Dann fängt das tatsächlich mit der Kachel an. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so irgendwie da dran erkriegen. Ja, sieht eigentlich gut aus. Machen wir so, oder? Und hier ist jetzt Wald. Er war Rotate. Könnten wir so machen. Hier ist ein Dorf mit zwei Wiesen. Würde so gehen. Okay, da kriegen wir jetzt einen Fluss. Den will ich jetzt nicht unbedingt an der Stadt haben. Ja, muss so. Da ist ein Wald mit Eisenbahn. Ja, geht so vielleicht, ne? Achso, man könnte ja auch gucken, was hier als nächstes kommt, ne? War jetzt nicht so der Bringer, ne? So wäre das mit dem. Jetzt müssen wir hier noch einen Fluss haben, der dann so und so geht. Ja, machen wir mal. Dann kommt das Städtchen. Ja, geht nur da, ne? Und dann geht das Städtchen schon wieder weiter. Mit Wiesen da dran, ne? Danach kommt Eisenbahn. Ja, das ist doch schon mal cool, oder? Und dann kommt Städtchen mit Wiese dran, ne? Ja, gute Frage, wohin, ne? Wäre so, würde mich aber jetzt nicht so vom Hocker reißen, sondern eher so. So, da haben wir einen Wald und Kornfeld. Kornfeld da mit Wald. Passt. Und da haben wir jetzt Städtchen mit Wiese. Okay, das ist jetzt nicht so prickelnd. So wird's gehen, ne? Machen wir mal. Was haben wir jetzt? Straße, sag ich schon, ne? Ja, das wird sowieso schwierig hier, glaube ich. Das haben wir schon verbaut, auf Deutsch gesagt, oder? Kannst du hier nur so bauen? So bauen, oder? So bauen. Aber da ist mir der Fluss zu nah, ne? Das gefällt mir nicht. Da geht's gar nicht erst. Vielleicht doch so. Das bringt da nicht so wirklich was, oder? Wo krieg ich die Kachel hin? Achso, das ist die Kachel, die ich jetzt habe. Und das ist die Kachel, die dann kommt. So wird's Sinn machen, oder was? Okay. Jetzt kann ich die Kachel auf jeden Fall so setzen. Oh, das ist nur Stadt. Ja, wäre jetzt hier dann machbar, ne? Okay, dann haben wir jetzt Fluss. Fluss wäre dann eher da, ne? Was ist hier? Da geht's nicht. Dann Fluss bitte da. So, Wiese, äh, Wald und, ja, Felder. Wald ist hier oben. Tja, müssen wir mal hochscrollen, also hochfahren. So, wie ist dies? Ich hätte da... Rotate. Nochmal. Dann wird's passen, oder? Oder könnte es passen. Da sind zwei Wiesen dran, ne? Habe ich kein Ende dran, ne, gerade? Da wäre es so. Würde ich tendenziell sogar machen. Hier wäre es möglich, und da auch. Dann machen wir das so. Hier ist Feld dran, ne, mit Städtchen. Das gefällt mir nicht so. Gefällt mir auch nicht so. Ne. Das ist nicht die Lösung. Das würde funktionieren. Dann machen wir da mal hin. Das ist natürlich jetzt ein schweres Feld. Da geht's nicht. Da müsste eine Kart hin, wo der... Der See... Ach, der See. Genau, der See. Der Fluss aufhört, ne? Das macht keinen Sinn. So wird's gehen, wenn... So wird's... Na, zwar gehen, aber zwei Felder... Ne, so geht's nicht. Vielleicht geht's so. Weiß ich noch nicht. Das würde funktionieren. Nicht so das passende. Das würde gehen. Ich baue mir hier was zu. Gefällt mir so nicht. Das würde funktionieren. Das würde auch funktionieren. Ich glaube, das mache ich. Da kommt jetzt die Eisenbahn. Und dann können wir einen Kringel bauen. Dann sind wir da erstmal durch mit. Ja, und da haben wir jetzt eine Weiche. Mit einem Städtchen. Ich glaube, das passt sogar ideal hier dran. Gehen wir weiter runter. Ja, Städtchen passt. Wiese passt. Muss wohl so sein, ne? Das sieht gut aus. Sieht das auch gut aus. Danach kommt nochmal Eisenbahn. Aber so direkt rum. Wie sieht's denn hier aus? Ach, da sieht's noch besser aus, oder? Kann ich das auch drehen? Ja, ich glaube, so sieht's besser aus. Ich würde's auch so machen. Guck mal, das ist doch... Ich dachte, das wäre die ideale Kachel, aber ist ja nicht. Das geht so, oder? Gibt's da noch einen Fluss, der aufhört? Wahrscheinlich nicht, ne? Da geht's nicht. Da geht es so. Ja, da wird's so passen, oder was? Machen wir so. Ein Städtchen, äh, ein Häuschen in der Wiese drumrum. Wäre da möglich. Dann nirgendswo. Sieht grad nicht so gut aus. Machen wir da hin. Häuschen, Wald, Wald, Wiese, Wiese und Feld. Da geht's nicht. Das sieht auch nicht gut aus. So sieht's gut aus. Ach Gott, was ist denn das für eine Kachel? Alter Schwede. Drei Zugausgänge. Na, wenigstens passen hier schon mal zwei dran, ne? Dann bleibt uns da nicht ganz viel anderes übrig, ne? Da oben... ...würde ich jetzt den Wald hier hin machen wollen. Warte mal. So geht er da noch... Ne, tatsächlich nicht. So ist er richtig. Machen wir das mal. Da ist eine Kurve mit einem Fluss. Das sieht da nicht gut aus. Das wird nicht schlecht aussehen. Hm. Würde ich tendenziell eher... ...so machen, ne? Ja. Jetzt haben wir nochmal einen Wald. Der dann riesengroß wird. Jetzt haben wir hier eigentlich. Landschaftsbauer. Platzieren insgesamt 100 Gärtchen. Champion 1, 1300 Aufwand, 213 Ringe, einen Highscore von 2,5. Okay. Weltenmeer 1. Wilde, ein Gewässer mit mindestens 20 Wassersegmenten. Okay. Das ist bestimmt das Menü. Das sind die Punkte. Da gibt's einen Wald mit Häuschen. Ich glaube, das war jetzt schon tatsächlich auch mit einer der besten Stellen. Stellen. Hm. Jetzt müssen wir hier unten wieder zur Eisenbahn. Da sitzt es nicht so gut. Das passt tatsächlich so, ne? Anders geht's nicht, ne? Nein. Also fällt mir jetzt nicht so, ne? Das sieht schick aus, ne? Und das passt. Hm. Oder so machen. Ich mach's mal da hin. Ein Wald rundherum. Also da hin. So, die Kachel hat Städtchen und Wiese. So also. Da wird's nicht gehen. Passt auch nicht. Da geht's sowieso nicht. Da will er nicht. Ist klar, wegen dem Fluss. Das ist auch nicht optimal. Die Eisenbahn geht nicht. Hier bei der Eisenbahn ist es vielleicht auch fragwürdig, ob man das überhaupt da so machen sollte. Ich glaube, wir machen's so. Nächste Kachel ist so. Hängt mir nicht wirklich was. Wald ist nur da oben oder hier ist auch nochmal Wald. Da will er aber nicht wegen dem Ding in Sachschon, wegen dem Fluss. Das würde passen und würde dann zwei Kornfelder dann noch dran ersetzen. So würde das passen. Ne, ne, macht alle keinen Sinn. So macht's Sinn. Machen wir so. Nächste Kachel sieht genauso aus. Ja. Hier kommt jetzt der Fluss ins Spiel mit der Kurve. Das ist schon mal gut. Und dann haben wir wieder einen Fluss, der tatsächlich so gar nicht schlecht aussehen würde. Aber der geht nicht anders. Kurz weiter runter, gucken ob hier noch was ist. Da will er nicht und da will er auch nicht. Dann ist das tatsächlich schon gar nicht so verkehrt. Wiese, Wiese und Getreide. Wenn ich den so habe, kann ich ihn so machen. Ja, passt so. So, Wald. Und Städtchen. Großes Wald mit Städtchen. Nirgendwo hier unten. Hier oben wäre Wald mit Städtchen. Vielleicht so. Sonderaufgabe hier, ne? Na super. Ach Gott, das ist ja jetzt eine ganz schwere Kachel, oder? Die geht ja hier nirgendwo hin, ne? Boah. Vielleicht so. Machen wir mal. So. Wald und Wiese. Da oben könnte was gehen. Ne, da ist aber auch zweimal Wald. Machen wir da hin. Städtchen. Städtchen. Naja. Hm, weiß ich auch noch nicht. Ich muss immer ein bisschen entspicken, weil Tastatur, das Mikro sitzt davor. Ja, ist so ein bisschen schwer, ne? Da ist ja ein riesen Kachel dran, ne? Ne, da muss noch ziemlich viel dran sein. Tja. Ist tatsächlich da eine Wiese? Ah, so wird's vielleicht am ehesten. Aber da ist hier wieder die Eisenbahn. Das macht nicht so viel Sinn, das da hinzubauen. So, ne? Aber das ist wegen Fluss wollte ich da nix machen. Ist korrig wie gesprungen. Ist immer schwierig, ne? Da ist Wiese, ne? Der braucht drei Ränder. Hm. Da würde ich nicht wägen, ne? Ihr wisst schon. Machen wir's da hin. Und drehen's so. Achso. Die Aufgabe will noch sieben Häuser haben, oder wie sehe ich das? Machen wir das. Gut. Was haben wir jetzt für ne Kachel? Wald. Und Wiese. Und Wiese ist nicht richtig, sondern... Ja, ich glaube, das ist falsch rum. Naja, das klappt da nicht hin. Ah, warte mal. Da rechts ist noch ne Kachel. Aber... Na, da ist auch nicht richtig rum, aber da vielleicht. Aber da ist das Städtchen noch dran. Geht also auch nicht. Da wird's schon nicht schlecht aussehen, komm. Ach, die Wiese passte da nicht, naja. Aber perfekt, hat er gesagt. So, jetzt haben wir hier das Städtchen. Aber da ist natürlich das Feld nicht dran, naja. Ja, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht so? Nee, da will er ja Wiese dann haben. Ja, dann verlieren wir die Wiese halt. Toll, das war jetzt die Kachel, die ich wahrscheinlich gebraucht hätte, ne? Machen wir so. Und... Nein, da ist das nicht. Ja. Da ist es auch nicht so wirklich. Dann drehen wir die da mal um. Basteln die da so hin. Vielleicht kommt das ja her, wo wir passen mal hin. Zack. Sehr lange Wiese dann, ne? Eigentlich wird's so passen, ne? Mach ich mal. So, da haben wir ein großes Teil mit Städtchen. Würde ich jetzt hier unten mal gucken. Aber Städtchen mit Wiese ist das. Warte, das mal drehen. Ich glaube, so rum geht's, ne? Zack. Ich glaube, das war passend. Äh, was hat er da? Äh, was hat er da? Wiese und Feld. Ist da falsch? Ist da auch falsch? So wird's gehen. So wird's gehen. So wäre es richtig, ne? Okay, da haben wir ordentlich Wiesen und ein Haus dabei. Ist hier unten das möglich? Das wäre aber nur eine Kachel mit. Das passt dann nicht. Da will er nicht wegen der Eisenbahn. Hier würde was passen, aber nicht alles. Ja, da ist das Städtchen. Passt nicht. Passt auch nicht. Warte mal, da geht was, oder? So, zack. Aufgabe erfüllt. Jetzt gibt's einen Fluss. Okay, der wäre ja schon mal passend zu dem Ganzen. Da geht's nicht. Da würde wenigstens schon der Wald dann nur das Problem sein. Da haben wir die Kuh schon gehört, ne? Das passt auch nicht. Ja. Das bleibt uns anders übrig. Wir machen's mal so. Äh. Ne. Drehen ist da. So wäre es schon ganz gut. Wow. Kärtchen freigeschaltet. Wasserbahnhof. Einsammeln. Wir haben die zweieinhalbtausend hier geschafft, oder was? Da ist die Aufgabe, okay. Sammeln wir den Wasserbahnhof ein, ne? Jetzt müssen wir noch gerade gucken, wo hier die Eisenbahnroute funktioniert. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Da geht's schlecht. Da geht's auch schlecht. Ich glaube, den drehen wir mal. Machen wir es einfach so. So, Städtchen rundherum geht da nicht. Würde da gehen. Ja. Das macht mir hier wegen der Eisenbahn so ein bisschen Sorge. Aber hier oben ist aber auch nichts Ideales. Höchstens da. Haben wir schon gemacht, ne? Ach, jetzt ist der Wasserbahnhof da, na super. Okay, der würde dann eine Landmasse da bilden. Sehr interessant. Sehr interessant. Das wäre ja so ideal dann. Mache ich da mal hin, oder? Weil dann... Weil dann... Nächste Karte würde das Wasser dann da auch abschließen, ne? Zack. Das wäre schon nicht schlecht. Nee. Die Kacheln, die da nicht passen, ne? Was ist denn hier unten angesagt? Rotier mal. Ne, passt leider nicht. Ne, geht nicht ganz. Das ist da oben. Da ist bald gefragt. Rotieren. So wird es passen. Dann haben wir wieder einen Fluss. Fast sieht es gut aus, aber auch nur fast. Das passt nur nicht. Geht nicht, geht. Geht nicht, geht. Ja, irgendwo müssen wir einen Kompromiss da schließen, wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich mache ihn da hin. Weil ich die Hoffnung habe. Dass ich den Fluss irgendwann schließen kann. Äh... So. So mache ich das. Das passt nicht. Warte mal, wenn ich den drehe. Geht's auch nicht so. Nee. So wird's gehen, ne? Das passt nicht. Da sieht's gut aus. So, jetzt haben wir wieder eine Eisenbahn. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Eisenbahn hier unten irgendwo hinkriegen. Das schließt nicht gut an. Das schließt nicht gut an. Das schließt nicht gut an. Das bedeutet, ich würde es wahrscheinlich da hinbauen wollen. Oder da? Nee. Das ist auch nicht so. Zack. Nochmal mit Wald. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Dann hier irgendwo, ne? Vielleicht so. Das war ja jetzt nicht schlecht, das Gärtchen, ne? Der Wald mit der Eisenbahn. Passt das Stück hier nicht. Hm. Okay. Das gefällt mir nicht so gut, ne? Ich mach's mal da hin. Städtchen mit Land drumherum. Hm. Schwierig. Städtchen mit Land drumherum. Das passt nicht. Das passt. Da ist ein Wald. Das ist optimal, oder was? Gut, da haben wir wieder Wasser. So, oder? Auf jeden Fall. So ist optimal, oder? Machen wir. Gut, ich sehe gerade, die Runde ist verdammt lang schon wieder. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir das jetzt mal verkürzen. Ich weiß nicht, ob wir abspeichern können. Ich weiß nicht, ob wir abspeichern können. Ich werde es mal versuchen. Und ich würde sagen, für die Runde soll es auch erst wieder reichen. Ihr habt wieder einen Eindruck von dem Spiel gekriegt. Ich versuche hier ein bisschen was zu bauen, mit großen Wäldern machen und Wasser irgendwie verlängern und Eisenbahn verlängern und viele Punkte erreichen. Und naja, wir haben ja hier schon 75 von 100 Teilchen gesetzt. X-Champions sind wir da sowieso schon und Weltmeere bildet ein Gewässer mit mindestens 20 Wassersegmenten. Das dauert halt noch. Aber kriegen wir bestimmt auch noch hin. Ich würde erst mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wer es nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Hubber habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer es nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.